Der Frieden unseres Herrn Jesus Christus Seien Sie alle herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Martinskirche. Wir feiern das Pfingstfest, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir feiern die Einweihung der neuen Morgen des Heiligen Geistes. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Applaus 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 Applaus